Eine weitere Möglichkeit das Magnetfeld zu messen, ist eine sehr bekannte und berühmte. Die verwendet den sogenannten Hall-Sensor. Wie funktioniert der? Was die prinzipielle Idee? Man hat ein sogenanntes Hall-Plättchen. Es hat ein paar geometrische Eigenschaften, die eventuell wichtig sind, das sehen wir gleich. Es hat vor allem hier die dicke D zunächst mal und vielleicht auch eine breite B, aber die ist oftmals gar nicht notwendig. In der Darstellung, wenn man damit arbeiten will, was macht man? Man geht her und schickt durch dieses Plättchen in der Längsrichtung einen Strom, den sogenannten Steuerstrom und misst jetzt an den Seitenflächen hier die sogenannte Hall-Spannung. Was bringt einem das alles? Noch gar nichts. Stell sich vor, da fließt ein Strom durch, dann fließt halt da der Strom durch. Warum sollte hier eine Spannung auftreten? Interessant wird es erst, wenn wir das Ganze in ein Magnetfeld bringen, dass hier irgendwie senkrecht dazu steht, zu diesem Plättchen. Ich mache mal einen Vektorpfeil drüber, um auszudrücken, dass die Richtung wichtig ist. Was passiert in so einem Fall? Die Elektronen, die fließen, werden durch das Magnetfeld abgelenkt. Das ist der Zusammenhang zwischen bewegter Ladung bzw. zwischen der Ladung, die ihn in ein Magnetfeld bringt, die geht der Magnetfeldlinie nach. Das heißt, in diesem Fall werden die seitlich abgelenkt. Was passiert ist, dass die Elektronendichte auf der linken Seite zum Beispiel von diesem Hall-Plättchen vergrößert wird, gegenüber der rechten Seite. Und was bedeutet das? Ein Ladungsunterschied, dass eine Spannung entsteht. Und diese Spannung kann man messen. Und tatsächlich lässt sich das auf eine relativ einfache Weise wiedergeben. Die Spannung, die hier drinnen entsteht, die muss nämlich genauso groß sein, um diese Triftbewegung der Elektronen aufzuhalten, dass nicht weiter gedriftet wird. Das heißt, ein gewisser Teil an Elektronen wird sich ja festsetzen, vielleicht immer wieder ausgewechselt werden. Aber die anderen werden sich dann geradlinig wieder durchs Plättchen bewegen können, weil eben diese Spannung, die aufgebaut wird, eine Gegenkraft gegen die Elektronen induziert, die genau dieser Kraft durch das Magnetfeld entspricht und die kompensiert. Macht man diese Überlegung mit der sogenannten Lorentzkraft, die die Elektronen im Magnetfeld ablegt, gegenüber der Kraft der Elektronen im Magnetfeld im elektrischen Feld, kriegt man einen Zusammenhang, der in etwa so aussieht, dass die Hallspannung direkt proportional zu einer Konstante Kb, dem Steuerstrom St, den man durchschickt, und dem Magnetfeld ist. Die Konstante Kb, die kann man bestimmen, die ist, naja, im Detail, die Hallkonstante, geteilt durch die Dicke des Plättchens, und auch die Hallkonstante selber kann man wieder auf Materialkonstanten wie Ladungsträgerdichte und Elementarladung eines Elektrons zurückführen, ist aber im Endeffekt eine Größe, die man messen muss, je nach Material, weil natürlich diese absoluten einfachen Konstanten da keinen Einblick geben. Den Steuerstrom, den kann man sowieso kontrollieren, den muss man natürlich sehr gut kontrollieren und sehr konstant halten. Und was man dann am Ende erhält, ist, dass das hier vorne zu einer großen Konstante wird und man so eine Spannung erhält, die direkt proportional zum Magnetfeld ist. Je nachdem, wie man jetzt einen Steuerstrom wählt und was für ein Material bezüglich der Konstante man verwendet. Diese Plättchen werden eingesetzt, die kann man kaufen. Man kann zum Teil diese Hallplättchen voll integriert kaufen in Schallkreisen, bei denen man dann tatsächlich einen Steuerstrom anlegen kann und tatsächlich eine Hallspannung messen kann. Die Geometrie ist einem dann gegeben, beziehungsweise diese konstante KB und man kann direkt damit arbeiten. Man bekommt sowas aber auch als voll integrierten Sensor, bei dem dann ein Spannungsausgang steht, bei dem dann eine analoge Verarbeitung über Operationsverstärker bereits stattgefunden hat und man eine Spannung abgreifen kann, die einfach direkt proportional zum Magnetfeld ist und man diesen voll integrierten Sensor mit einer bestimmten Spannung betreiben kann. Im Allgemeinen finden diese Hallplättchen Anwendungen in vielen Bereichen, vor allem auch zur Strommessung, können aber auch als explizite Magnetfeldsensoren bezogen werden. Diese Hallplättchen an den Hallsensoren, beziehungsweise Sonden können auch wieder ausgetauscht werden und hier ist aber immer wichtig, dass mit dem Hallplättchen natürlich auch die Ausrichtung des Magnetfelds eine Rolle spielt. Das heißt, je nachdem, wie man die Sonde positioniert und dreht im Magnetfeld, kriegt man größeren und kleineren Wert für das Magnetfeld und muss dementsprechend natürlich berücksichtigen, was das für die Messung bedeutet, weil das Magnetfeld eben eine Richtung haben kann.